Ist der auch da? Wer? Da ist Romy. Guck mal, kennst du die Romy? Ja klar, meinst du das? Guck mal hier, kennst du die Romy? Nee, davon nimmt er sich doch nicht. Romy hat wieder ne heiße Trainingshose an hier, steht ihr aber gut. Habt ihr auch ein Würstchen gegessen? Was heißt das denn hier? Und Dirk hat, ach, der jetzt Hähnchen bleibt. Die fahren jetzt Sonntag in Urlaub. War die nicht vorher in Urlaub? Nein. Doch nicht. Dann hat der Mann ja gemeckert, Bäh, das Wochenende mal wiederkommt, dann gehst du direkt mit Romy raus, ne? Da hat er gesagt, das ist doof, das mag das Wochenende. Hm.